Ich bin Pastor Henry Hildebrandt von Elmer, Ontario, Kanada. Ich dachte von dir, ich würde mir das Wort verteilen, mit der ganzen Sache, dass viele Menschen nicht schädig sind, in welchen Jahren weiten. Es ist so, 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 es ist so. Ich glaube, jeder hat gehört, was er für den Elmer ist, was er hier gemacht hat, was er gesagt hat. Doch ich würde ein kleines bisschen drehen, in der Elmer sagen würde ich mit dem Anfang. Aus den Samarien, sind auch Samarien, wäre der erste Mal, wo wir uns als Georg-Menschen im Parking-Land trafen, wie die Georg, nicht nachgegangen, dass sie irgendwo bloß in den Korn bleiben und an denen wir die Botschaft aufhalten. Und die Polizisten können meist kurz sagen, nur sein wird gestürmt, sein wird, dass alles okay wird. Die sagen wird nur, ja, er hat gefallert, wir nicht mehr erreicht, so sehen sie, wenn jemand einmal weiter wählen, dann wird die uns folgen. Und am nächsten Sündach, dann wird dann nicht gestern wir, war ein Sündach euer, dann dort wir waren, trafen wir uns durch, hoch auf, sind auch vermehrt, und hielten wir auf dem Parking-Land stehen, parken durch, ich habe die, 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 wegen des Covid-19, des Corona-Virus, so dass alle mal wissen, wir können nicht mehr sein, so wir werden dort im Parking-Land. Und die Polizisten kennen nicht beide, und sagen sich das alle nur, und dann sehen sie, die Leute, ihr habt alles in der Ordnung, und es ist alle gut, und bei der sie wachfühlen, sehen sie, enjoy. Und am Montag, zum nächsten Mal ist, wenn die das nicht lange, dann haben wir einen Funk gekauft, von dem Polizisten-Office, und dann sehen sie, na, das geht nicht, wo die, du dann, das nicht erlaubt. Wieso hast du das nicht erlaubt? Habt ihr die letzten zwei, die sind doch geschauft. Na, sie sehen, sie haben mit einem heicheren Mensch geredet, und dort schafft nicht, wie sollen die nicht mehr sein. Und wir haben das ganze Werk übergeauft, haben in Treven, haben hier mit einer heicheren Regierung geredet, mit dem Gouverneer prüft, der Redner, dem Premier von Ontario, prüft ihr eine E-Mail zu schicken, und proben, zu sagen, was sie uns sagen können, wo sie uns halten können, wo sie uns halten können, schiehe jeder Tag mit dem Kontakt, gewaßt, ihr prüft, hangen, drei, sagen, was wir können dann, na, sie schafft nicht mehr, sie schafft nicht mehr, da war, das ging nicht, und die Menschen wollen wollten, wählen die, oder wählen die nicht. Und, wir waren uns einig, wir dann wieder so, du wirst nicht mit euch, nicht mit euch, wo dann sollte nicht mit euch sein. Ähm, und dann, kennen wir sind auch nur da, und wir wollen uns einig, wie damit so. Das sind auch, das sind auch, die ersten Summaries, hau auf, wir sehen, wie trafen uns die Ware, wir wollen das sein, und die Prizen sehen, die haben nicht Erlaubnis, die kennen nicht. Wir werden die ersten oder, die Prizen sehen, sie würden uns ein Ticket geben, und sie würden uns chargen. Vielleicht wird das hier ganz klar erklären, Menschen, die haben gerade darüber geredet, Menschen sagen, wie viel Geld sie uns alle haben, gechargt, denn, wir haben uns nicht einmal vor Ort gechargt. Und, wir sehen sie, nur gestern, nur wurden sie, wie wurden die da, eine gute Ticket kriegen, und wie wurden sie gechargt worden. So, die Prizen wären da, tätig, und Menschen kamen, Partner begossen dort, und, 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 wir kamen da alle haben, von der Kopf, alle waren, und, und, alle waren geschöft. Die Prizen wären da, die ganze Zeit, die haben die Video ab, was wieder daiden, Reporters wären da, und, 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 die Prizen wären da, sie würden uns ein Ticket geben, die haben die Video ab, sie würden uns alle abnehmen, und, 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 so, wir haben gestern, äh, ich habe mir hier ein Klima, etwas abgeschrieben, wo ich Ihnen das sagen wollte, weil ich wollte, ja, noch auf Englisch, ich zu sein, und, wo ich Ihnen das sagen wollte, wir transgress, ähm, so, wenn wir, haben wir gestern, das Gesatz gebräht, habe ich, habe ich übertrieben, du hast kein Gesatz, das kein Gesatz in Kanada, wo du sagst, die Türkenglieder können nicht, wie ein Partner, wie die Türkseiten, in der Botschaft, in der Kur, so, wir haben jetzt kein Gesatz gebräht, was wir gestern übertrieben haben, ist, das wir im Englisch würden sagen, we transgressed, the interpretation of the law, of the local police chief, so, wir würden sagen, was wir deuten gestern, wir haben dort übertrieben, was die Plätze, was hier am Elmer ist, wo heute der Gesatz versteht, dort habe ich übertrieben, und wenn so ein Gesatz in Kanada, hast du nicht, da wird ja nicht kein sein, was wir, was wir deuten, so, so, dass ich sehe, die Plätze, die können dann, haben alle abgenommen, aber, abhängig stehen, weil sie eigentlich, haben kein Ticket gegeben, so, die leiten den Menschen, oder vor, und, da wird der Apogos geparkt, wenn wir sehen, die Präunze der Wacht, hier, und die Sonne nicht harken, wie es wir, über FM Radio, so, dass Menschen dort harken können, und, wie, 300 Meter, rundherum, dort, so, die leiten dort, hier, das ist der neue Lad, so, dass die Plätze, nur sein, weil die Leute, von der nach, weiten dort, keiner von den Gliedern, wird gechargt worden, ähm, der Einzige, was sie in den Chargen, wählen, erst mich, und vielleicht die Kirche, oder, vielleicht, mir direkt, und mir gedacht, so, so, ich will, das merken, wo, ich will, das merken, wo, ich will, ich will, auf Englisch, erst sein, und, wenn, ich will, nicht, leben, weil, mein Glauben, wenn, es sich nicht lohnt, zu sterben, dann lohnt es sich, mein Glauben, nicht, für zu leben, so, ich sage euch, dass die mir nicht dauernd merken wollen, ich glaube das nicht, aber, was da leicht passieren können, oder, was da passieren können, ist, dass die mir, so ein Geld aufzuschneiden, oder, dass die mir, wenn, in Gefängnis nennen, aber, weißt du was, Geschwister, weißt du was, Leute, für den, dort, nicht, 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 wir waren, ganz einfach aufkommen, wir haben, die mir, in der Spiegel liegen, und, all diese Menschen, die ihr Leben geladen haben, wo ist das mit uns? Wollt uns das nichts kosten? Somebody sagt mir, ja, aber, 800 Dollar? Das ist mein Leben, das ist mein Glauben, wo ich 800 Dollar wird? Wie, meine 800 Dollar, und meine, aus, das Geld, und meine, aus, das Gefängnis, und meine, aus meinem Leben, und ich weiß das, wie gesagt, über, wenn mein Glauben, nicht sich lohnt, zu verstehen, was hält mein Glauben da? So, wo ich würd sagen, als, auf Englisch würd wir sagen, is there not a cause? Das geht euch an mir, das geht euch an Herrn Hilbert, das geht euch an, wo ich glaube, das geht an, ist hier nicht eine Ursache? Merkt uns das nicht, wenn wir sagen, wo das geht? Ich weiß das, das geht an diesem Coronavirus, ich weiß das, und wir dann nicht an's basteln, was wir können, proben da, zu harken, dass wir können, wie die Steuern, oder wen, aber, was mich so wundert, ist, weil ich dort, dass die Menschen sich nicht abreden, über, den Beierstuhl, um, Schnoppsstuhl, um, 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 die Kinder, man, um, 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 Hoffentlich kommt das Coronavirus nicht nur im Frühjahr oder nächstes Jahr, im Frühjahr oder nur noch im Winter. Vielleicht kommt die Wahrheit. Hoffentlich nicht. Gehen wir den Wahrheit durch den Tag? Ich habe den Wahrheit nichts zu tun mit dem Tag. Was mir so abredet, dass Menschen sagen, es geht uns jetzt die Religionsfreiheit wegnehmen. Das ist bloß ab für uns. Weil wir machen sagen, nun ab für uns ist unsere Religionsfreiheit weg. Nun ab für uns sind wir fast, nun haben wir nicht was getan. Das ist was mir diese Gedanken gegeben. Das ist worum ich sage, wenn wir das nicht lösen, wenn wir das nicht lösen, wenn wir das nun ab für uns lösen, dann messen wir uns ab für uns, und wie lange es ab für uns ist, als ich erst sage, was wollen wir dann? Wo wollen wir das zurückkriegen? Ich sage, meine Erklärung dafür ist, dass die große Gefahr ist, dass wir verlieren, wenn ich das, wo dann ich das weiß, dass ich die Leute anstelle. Wo dann haben sie nur das Schnapsstuhl ab, kein Trübel dort im Parkenlatt, noch fließt bei dem Parkenlatt, kein Trübel, bloß bei der Kirche, aber du können nicht sein. Das sage ich mir was, das sage ich mir was. Mir lade so, wo so, stuhlen wir uns nicht taub, und sagen, nein, das nicht, das nicht. Die können diese Dinge bloß durchführen, wenn wir uns das gefahren lösen. Und ich weiß nicht wie sein Kinder Gottes, und ich weiß nicht wie der Kinder Gottes, wir schlugen nicht jeden an, wir flehten nicht, wir wollen nicht irgendwas damit tun. Aber die Bibel wisst uns dort, die Bibel wisst uns dort, denkt bloß an Daniel. Denkt an Daniel. So, weißt du, bloß durch die Kirche, du willst durch die Kirche nicht beten, und durch die Kirche. Weißt du was, das sage ich mir was. Die wissen das. Den Daniel, den Brück, wir wissen nur durch die Kirche, und wenn er durch die Kirche, wird er dort übertreten, was der Police Chief sagt. So, ich hoffe, der kann uns auch das dort dort. Wenn diese Menschen durch die Kirche sagen, die können doch nicht einmal sein, du. Mehr sicher wollen die Worte dann. Ich hoffe, dass wir auch so ein Stand annehmen als Daniel. Ich sage mir, ganz eigentlich, mit jedem, wo das war, ich wollte ab so einem friedlichen Wachstum auskommen, ich war mein Bastard, wo ich komme. Aber wenn die zu mir sagen, ich konnte nicht, wie die Kirche ab dem Parkingplatz sein, und wir haben die rüten Tau. Das geht bloß nicht, dass wir keinen mit uns dort mitkommen. Nur, ich will euch noch ein Ding erklären. Sogar von gestern, wir sind nicht die, die Menschen haben mit alle Sachen abgekommen. Gestern war es sogar fünf Nummern verteilt. Ja, wir haben uns wieder, ein Mensch wieder rausgekommen, von einer Kunde oder anderen hat er Geld angeklagt. Nee, du hast keine Geld angeklagt. Du hast ihn nicht angeklagt. Du waren so viele Politiker, so viele Reporters, wenn nur wir Geld angeklagt waren, dann würde ich nur ein Bild gesehen haben dürfen. Du warst kein Geld angeklagt. Unsere Rüten, die Geschwister, die Rüten, die werden alle Tauben und die harten sich der Botschafter auf. So, ich würde ihn anladen, wenn dich das interessiert. Kommen die nächste sind auch auf Samarisch, wenn nichts man kommt, wenn Gott mir Leben schenkt. und Gott ans Genug schenkt, dann nächste Sintag halb auf. Weil wir Vara versammeln können. Und wir wollen Vara immer FM tun. So, wenn du nicht dich bewillen, ich glaube, es ist gut wie nur, dass wir hier auf den Weg hören. Und die können aber auch auf den Parkinglot nachkommen, wenn die nicht Angst haben, dann kommen die auf den Parkinglot nach, wenn du drüben sind, wir merken, welchen Rüben verkünden. Alle Mann ist willkommen. Ich wünsche Ihnen alle Baste. Ich wünsche Ihnen allen Baste. Ich wünsche Ihnen allen Baste. Ich wünsche Ihnen allen Baste.